Hi, ich bin Arnold und arbeite seit 2022 als Werkstudent bei der WTS im Bereich Digital. An der Hochschule Pforzheim studiere ich Controlling, Finance und Accounting. Neben den Lerninhalten fand ich schon immer interessant, ins Ausland zu gehen und dort ein Praktikum zu absolvieren. Über die WTS hatte ich die Möglichkeit, unseren Standort in Clujna Poca in Rumänien zu besuchen. Für mich war es das erste Mal, dass ich auf mich alleine gestellt war und war sofort überwältigt von den vielen neuen Eindrücken. Doch das Team in Cluj hat mich schon in der ersten Woche mit offenen Armen empfangen. Auch unser Vorstand besuchte uns und holte die Eröffnung des Büros, die durch die Corona-Pandemie verschoben war, nach. Während meines Auslandaufenthalts habe ich weiterhin bei unseren bisherigen Projekten mitgearbeitet und konnte so mein Team auch im Ausland unterstützen. Für mich war das Praktikum eine sehr wertvolle Zeit, da ich mich persönlich und beruflich weiterentwickeln konnte. Insgesamt hat mir das Praktikum sehr gut gefallen. Wenn ihr mehr über die Perspektiven als Werkstudent erfahren wollt, meldet euch gerne bei mir. Bis dahin bleibt am Ball. WDR 2021 WDR 2021 Vielen Dank.